Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest 12 Meter Schießen. Die habt ihr automatisch bekommen, sobald ihr die 4Quest abgeschlossen habt. Und zwar war die 4Quest notwendige Gewaltanwendung und in diesem Gebiet von Kezan gibt man sie normalerweise ab. Nun sollen wir hier einfach, wir können jetzt nicht zielen, nicht eine Kamera drehen, einfach dieses Symbol drücken, beziehungsweise die Taste 1. Das war's auch schon, Quest ist bereit zur Abgabe, das heißt wir drücken den Knopf verlassen. Und hierhin. Quest ist abzugeben bei Trainer Woodgrage. Auf Kezan an dieser Stelle. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen, falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.